Hallo Leute! Willkommen zu einem Infovideo. Lang lang ist hier, dass ich das letzte Video gemacht habe. Danke für die Klicks bei RumbleRoses, Dead or Alive Extreme und Dead or Alive 5. Ich habe ein kleines Mini-Dilemma. Ich habe es auf Twitter schon geschrieben und ja, es ist so. Wenn ich es jetzt an gedacht habe, werde ich hier reinschneiden, Eternal Darkness. Und darum geht es mir eigentlich auch. So, Eternal Darkness. Super Spiel. Hat mir extrem viel Spass gemacht, das zu let's playen. Ist nur leider in eurem Grund so ziemlich am untersten Schalter. Kann man nicht ändern. Will ich auch gar nicht jetzt drüber jammern. Es ist nur so. Ich habe seit Monaten, ich würde auch sagen Wochen, aber treffender ist seit Monaten. Ja, erstes Mal, Eternal Darkness schon komplett aufgenommen und geschnitten und 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 und. Und habe auch schon andere Let's Plays aufgenommen, gestartet. Also Pokémon ist ja am Laufen. Das hat auch noch ziemlich viele Parts. Da bin ich natürlich nicht so weit gekommen noch. Ich wurde im April ja krank. Also hatte ich eine Grippe. Kurz. Und auch Outlast und ähm. Auch anderes habe ich unterbrochen. Outlast kann ich nicht so viel mehr machen, weil ich da mehr S&S Team machen kann. Wurde mal wieder herstellen muss. Wurde mal wieder gerobbt. Und das andere ist auch Wario Land 2 habe ich schon angefangen. Aber ich möchte vor allem mal posten, was ich beendet habe. Und dazu zählt zum Beispiel. Kleiner Spoil jetzt in eigener Sache. Donkey Kong Country. Super Spiel. Ist nicht so lang geworden. Aber ich denke noch ein schönes Let's Play geworden. Und auch Zelda Majora's Mask wird als komplettes Let's Play kommen wahrscheinlich. Habe ich schon mal einen Auftakt aufgenommen für sich. Es ist jetzt nur so, ich möchte ja nicht so viele Let's Plays gleichzeitig am Laufen haben. Also den sexy Content lasse ich natürlich. Dann Diddy Kong Racing ist ja auch schon komplett. Das ist ja auch ähm ne Dings. Und wie gesagt, Pokémon ist ja auch zu groß, um es vorne weg aufzunehmen. Das ist ja meine Meinung. Aber jetzt komme ich zur Frage. Eternal Darkness. Ich habe jetzt schon alles versucht, es euch schmackhaft zu machen. Ich gebe es auf. Also ich habe es schon lange aufgegeben, da groß Mietra rein zu investieren in Präsentation. Also wie gesagt, das komplette Material ist aufgenommen. Ne, ich meine jetzt auch Thumbnails und Nachbearbeitung und so. Aber es ist ja eigentlich komplett aufgenommen, komplett im Cast und komplett gerendert. Ich mache dann irgendwie noch Bauchbinden ab und so aktuelle rein. Nochmal. Soll ich einfach Eternal Darkness? Ne, es ist auch so. Es ist vielleicht gar nicht mal die Hälfte des Spiels. schon Assets bei gepostet. Und es jetzt alles auf einmal zu posten, finde ich einfach schade. Weil das füllt doch nur die Abo-Box und mir die Uploadliste. Also meine Idee wäre es, das selber herauszulegen. Denn einfach, ich weiß nicht, also abbrechen möchte ich es nicht. Denn es ist ja schon komplett aufgenommen. Wie gesagt, es ist komplett fertig. Ne. Aber ich hätte ja schon Bock, vielleicht kommt es auch mir an bei auch Donkey Kong Country. oder Majoras Mask. Also ich sage jetzt nicht, ich erwarte, dass ich das jetzt poste. Dann kommt es bei euch super an. Das meine ich nicht damit. Aber es ist einfach nur ein Gedanke, der ich mir stelle. Und vielleicht habt ihr Anregungen. Vielleicht auch nicht. Bis jetzt kamen oft nicht so viele Anregungen. Aber wenn nichts kommt, dann sage ich auch, dann mache ich weiter, wie es mir gefällt. Das ist ja meine Devise. Komm, keine Kommentare, mache ich, wie es mir gefällt. Nicht, dass keine Kommentare kämen, überhaupt nicht. Das ist ja auch nicht gemeint. Und ich mache es auch wie bisher. Ich lasse es noch, keine Ahnung, gefühlte 3-4 Monate Eternal Darkness laufen. Und denke mir, ja, seit Monaten habe ich anders aufgenommen. Das, das wartet jetzt einfach auf dem Sessel, bis es ankommt. Ne? Also, weiß ich nicht. Ich, es ist kein wichtiges Thema für mich momentan. Aber ich wollte einfach mal wieder was in die Runde schmeißen. Momentan bin ich privat auch viel am Zocken. Ich habe Donkey Kong Country für uns erst schon zweimal durchgezockt. Ich habe es vor, mal als Let's Play zu bringen. Ähm. Zelda Crying of Time zocke ich privat durch. Wind Waker. Wind Waker, wenn es mir gefällt, mache ich einen Run als LP. Aber es ist einfach noch Zukunftsmusik. Und ja, Streamen hätte ich schon wirklich, wirklich, wirklich Bock. Ich könnte es auch streamen, aber meine Internetverbindung ist einfach zu wenig konstant in letzter Zeit. Ja. Also, wollte ich nur mal so in die Runde werfen. Und einfach mal ein Hallo von meiner Seite. Ja, es ist ja momentan, außer dann sexy Content, alles was. Also, Rumble Roses. Dead Alive Extreme. Ähm. Dead Alive 5. Ist alles kurzfristig aufgenommen. Weil es einfach ankommt. Und alles andere habe ich schon lange. Also, Diddy Kong Racing, weil ich es noch nicht erwähnt habe, ist auch komplett. Ne? Komplett. Hat Spaß gemacht. Also. Wünsche euch noch einen schönen Samstag. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und noch ein Hallo von mir einfach allgemein. Um zu sehen, was so geht. Wie will ich mal ein aktuelles Wort von mir? Ja. Also. Bis dann. Tschüss.